Sorry, dass ich das jetzt gerade auf einmal kurz mal schon gesplittet habe, aber ich mache hier einfach kurz... ...einfach das Ding hier einfach ins... äh, setze ich das Ding hier quasi als großes Finale hier. Vielleicht kriegen wir danach noch mal ein... ...können wir danach noch mal ein Zigar... So, also, wie gesagt, natürlich geht es jetzt erstmal darum, erstmal die anderen Jungs wegzuhauen, alle wegzufressen, dass ihr hier gerade rumfährt. Was machen wir dann überhaupt als Aufgabe? Drei Gegner zerstören und, äh, 1500 Schaden, alles klar. Na, das Auto ist wahrscheinlich gar nix drin, ne? Ah, den habe ich mich ganz erwischt. Ah, den habe ich mich ganz erwischt. Ah, den habe ich mich ganz erwischt. Ich habe auf jeden Fall nur ein Auto erwischt, aber ich weiß nicht, wie viel Schaden das gemacht hat. Ich habe halt gar kein Problem, allerdings, wenn ich nicht... Das gab gar keinen Kontakt. Ah, den schießt gerade... ...auf dem Auto alles kaputt. Ich habe noch kein Auto zerstört, ne? Das war mein Auto, du Arsch. Ich habe noch keinen Gegner rausgenommen zum Match. Jetzt habe ich meinen Ersten. Jetzt habe ich meinen Zweiten. Wir haben noch ein paar Gegner drin. Da war mein Dritter. Da ist sogar der Vierter hinterher. Jetzt kommen sie denen alle gerade nach und nach. Nicht ganz erwischt. Nummer fünf. Noch vier Gegner. Nächster Gegner. Ich glaube zumindest. Naja, war nicht. Okay, ich bleibe dabei. Den habe ich auf jeden Fall gut mal weggedreht. Auch den Jungen hat es überschlagen. Und Tschüss, mein Freund. Nummer sechs. Da findet es am Anfang so gar nicht mehr lieb. Mit dem Zerstören haben wir jetzt natürlich ein bisschen aufgeräumt. Das war einmal 16 Kamp-P. Die Wechsel, ich habe ja noch 40. Scheinbar habe ich das Gefühl, dass sie gerade ein bisschen beide auf mich gehen. Einser Gegner zu stellen. Den habe ich sogar noch rausgenommen, den Jungen. Den habe ich... Der Schlag hat auch gepasst. Ja, wir sind jetzt alle... Ich scharf den einen letzten... Aber er hat immerhin noch mal zwei abgezogen bekommen. Das hat auch immer noch mal mir einen mitgegeben. Jetzt habe ich es. Das war der alles entscheidende Schlag. Und damit haben wir acht Autos rausgenommen aus dem Rennen. Dafür, wie gesagt, dass es eigentlich am Anfang überhaupt nicht lief, dass die Kills nicht kamen, habe ich sie quasi jetzt, glaube ich, einmal komplett alle hintereinander weg rausgenommen. Cool. Auf jeden Fall haben wir es geschafft. Beide Bundesziele erreicht. Was haben wir hier? Die können wir noch gar nicht fahren, die ganzen Turniere hier. Aber ich glaube, da haben wir eine gewisse Anzahl Autos. Brauchen wir die als Autos oder als Punkte? Was auch immer. Was haben wir denn heute noch? Nochmal Devolution Racing? Ja. Ich will mal gerade reingucken. Ne, das kann man nicht. Das kann man gar nicht fahren, wenn wir das Auto dafür nicht haben. Ja, machen wir so. So was. Machen wir das noch, zum Abschluss kommt. Ach, das ist schon wieder so ein Tenis. Ach, ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Nerv zu. Das Turnier müssen wir in der nächsten Folge. Müssen wir wieder in der nächsten Folge. Wir machen mal hier noch. Haben wir auch wieder so ein Turnier. Ach komm, weißt du, wir machen so eine halbe kurze Folgen. Machen wir halt ein bisschen was anderes. Machen wir das Turnier oder machen wir das Ding hier erst in der nächsten Folge. Wir sehen uns dann wieder bei Wakefest. Und ja, sorry.